So hallo, wir machen weiter bei Fortnite und haben einige Aufdränge noch zu erledigen, da geht noch ganz viel. Insofern machen wir da einfach weiter. Wir schwimmen jetzt gleich mal in dem eiskalten Wasser, bevor ich das nämlich wieder vergesse. Das gehört ja dazu und das geht nur da drüben, das geht nur hier, ups, das geht nur da, da ist eiskaltes Wasser. Ansonsten nöherends scheinbar, insofern ab dafür. Und dann sollten wir, also wir müssen relativ viel mit Zielschussfernrohr machen, da müssen wir noch Kopfschüsse erledigen. Mit der DMR müsste man, nee Quatsch, war es die DMR oder war es egal, welche Waffe es war? Ich glaube, die Waffe war, ich glaube, die Waffe waren mal egal. Aber ich glaube, wir müssen auf jeden Fall mit dem Zielfernrohr viel arbeiten. Diese Fokusaufgaben haben wir alle noch. Jetzt landen wir kurz erstmal hier und dann können wir da eine Runde schwimmen. Oh, der Scheiß, hi. Den habe ich schon wieder verdrängt. Vielleicht erledigen wir den vorher. Wir haben schon mal eine kleine Waffe. Das ist aber allerdings noch nicht gerade optimal. Ist hier nichts mit... Oha. Okay, Greifhandschuh. Ja, den brauchen wir auch für fünf Bäume. Das könnten wir mitnehmen. Wenn wir jetzt eh nicht so krasse Ausrüstung finden, ist das vielleicht eh nicht die beste Runde. Gehen wir noch da rüber. Okay, hier ist noch zumindest eine Truhe. Oh, da drüben geht's ab. Da hat einer sich... ...was gesnackt. Ach, die ist da oben drin. Wer will das da wissen gerade? Ich hab nix. Ich hab keine... Ah, blöd. Yo, Brudi ist in Ordnung. Komm, wir schwimmen kurz eine Runde. Ist das hier... Geht das hier als Eiswasser? Ja. Das geht als eisiges Wasser. Dann schwimme ich hier eine Runde einfach kurz im Kreis. Ohne, dass der Hai auf mich aufmerksam wird. Wo ich dann schwimme, ist ja letztendlich egal. Und so komm ich auch schnell wieder raus, wenn ich angegriffen werde. Hälfte haben wir gleich. Ist schon super. Ja, fahren wir gleich. Okay. Und dann können wir uns gleich von einem Baum zum nächsten schwingen. Scheiße. Da drüben schießt der, ne? Treff ich von hier aus niemals. Okay, raus da. So, fünf Bäume. Eigentlich ne relativ easy... Oh mein Gott, bin ich schlecht. Eigentlich ne easy Sache, wollte ich sagen. Und hab's versaut. Naja, aber geht gleich weiter. Ich tue mal kurz ein paar Pilze. So, jetzt kann ich wieder. Also eins... Zwei... Drei... Vier... Und fünf. Easy going. Oh, da drüben ist einer. Leider hab ich nix... Ich hab keine Fernwaffe. Brauch'n unbedingt irgendwas... Hat hier schon jemand ausgeräubert, ist jetzt die goldene Frage. Oder kann ich hier noch ausräubern? Okay. Munition ist noch da. Essenskiste ist noch da. Hier hat scheinbar noch niemand geräubert. Aber ich hör' auch keine Kiste. Was schlechtes. Oh, aber das Ding ist auch noch da. Okay. Ne, es ist einfach nur keine Kiste hier drin. Aber ich hasse das, wenn die Munition da so fest sitzt. So. Ja, das war's leider auch schon hier drin. Toll. Na gut, gehen wir mal zur Brücke vorsichtig rüber. Weil da sind meistens ja noch ganz viele Kisten. Und da drüben ist dann auch schon die Zone. Also das kriegen wir hin. Okay, jetzt Stryker Pumpgun wird schon mal ersetzt. Mit dem Handschuh. So, Munition haben wir auch dafür. Oh, hier ist die Kiste. Okay. Ja, hier ist leider jetzt nix, was wir gebrauchen können. Da unten ist noch die Kiste auf den Tonnen drauf. Irgendwie unten, hier unten selber ist nix mehr. Das ist in Ordnung. Die hier können wir uns noch holen. Ach ja, wir müssen ja auch noch gegnern mit nem Schrottriss. Aber das machen wir nicht in der Runde. Ich glaub, das ist in der Runde nicht so klug. Das kann man noch machen. Ne, schlechte Idee. Oh. Aber die ist nur hell. Na, muss jetzt nicht sein. Halte ich über meine Grünwaffen. Wir gucken uns noch die Kiste da unten an. Vielleicht ist da noch was Brauchbares drin. Ähm. Cool. Aber ja, da ist was Brauchbares drin. So. Wenn wir jetzt nämlich ein gegnerisches Fahrzeug finden, werden wir Schaden machen. Okay. Da-dam. 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 Haben wir hier Hübsches. Okay, die ersetzen wir. Äh. Ach, da oben wieder. Okay. Ah. Oh shit. So, gleich mal eins angenommen. Wenn wir schon hier vorbeilaufen. Jetzt ist nur die goldene Frage. Wo ist der? Oder die da drüben. Na, das ist woanders. Das ist ganz woanders von mir. Das nützt mir nicht so viel. Aber ich muss ja auch nicht gewinnen. Ich muss ja nur annehmen. Oh, wir kriegen unser Schild voll. Na, voll kriegen wir es nicht. Ich hab gelogen. Weil das ist ein Nullpunkt Fisch. Oh, das ist gut. Wo ist die Person? Da. Aber den krieg ich nicht. Ey, der schwimmt da rum fleißig. Das wird nix. Oh, aber wir können unser Schild voll trotzdem machen. Ja. Ist eigentlich blöd für fünf, aber wir machen es mal voll. Nein, ich drottel. Zählt das jetzt als 150 Schild in einer Mission? Einmal nicht. Wieso zählt das nicht zu dieser Mission? Ich verstehe nicht, warum das nicht zu dieser Mission dazu zählt. Mit dem 150 Schild. Pro Runde. Das verstehe ich wirklich nicht. So. Wir müssen eh in die Richtung dann weiter für die Zone. Es hieß doch, erhalte 150 Schild. In verschiedenen Matches. Naja. Jo. Uh. Ja, ersetzen. Element. Nice. So, jetzt müssen wir runter. Ja, so nicht. Da war noch eine Munitionskiste, habe ich gesehen, aber keine Zeit für Munitionskiste. Da drüben wäre die Stadt. Da könnte ich auch die schnelle ein Auto herbekommen. Dann können wir auch ein bisschen auf dem Asphalt fahren. So machen wir das. Nein! Die wollte ich nicht. Das wollte ich. Ach, dann halt nicht. Mal schnell zur Stadt. Auto holen. Da ist noch eins fährt hier. Hier wurde offenbar schon ein bisschen gewütet. Treibstoff 100 würde ich fahren. Treibstoff 34. 100. Ja, nur blöd, ich kann nicht auf Asphalt fahren. Scheiße. Im Moment kann ich nicht auf Asphalt fahren. Das ist natürlich jetzt schwierig. Aber ich muss ja auch so wegkommen. Also passt das schon. So. Oh, nicht da runter. Naja, ist egal. Und wir sind auch da runter. Okay. Okay. Oh, da drüben fliegt hier jemand. Okay. Okay, das nächste Ding ist es dann auch hier so in dem Bereich. Ich weiß nicht. Tschüss. Ist da gerade jemand drin? In dem Bus? Bezählt das als gegnerisches Fahrzeug gerade? Ja, da scheint keiner drin zu sein. Doch! Let's go! Haben wir damit die Mission? Dauert noch, bis es hoch zählt? Yes! Wir haben die Mission. Optimal. Ja, komm, versuch mal dein Kamehame aus der Luft. Yes, das hat wieder das Kopfschuss gezählt. Sehr gut hinterher. Sehr gut. Wir können mit dem Seifengewehr weitere Kopfschüsse. Jetzt macht er ein Kamehameha. Lol. Wo denn schießt er denn? Was war denn seine Mission? Wo ist er denn jetzt, der Gute? Weg ist er. Ah, scheiße, ich hab kurz... Nein! Nicht aufgepasst. Wo ist er? Da hinten fliegt einer mit seiner Wolke rum. Ja, Zeit ist abgelaufen. Ist egal. Juckt. Oh, wir können das nächste annehmen. Zwei in einer Runde, optimal. Er damit. Muss da drüben am Strand... Oh! 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 Der Typ ist da. Wo ist er? Oh, wurde abgeschossen gerade, oder was? Crazy. Das heißt, da oben sind welche. Nein! Ich hab da nirgendwo geschossen. Jetzt ist er runtergelaufen. Ich seh dich nicht. Kerl. Okay, was haben wir hier denn hübsches alles? Hab ich schon. Wo habe ich jetzt die Chin-Do-Chun her? Will ich doch gar nicht. Wobei... Na, na, eigentlich will ich sie nicht. Seien wir mal ehrlich. Eigentlich will ich sie nicht. Okay, da kam er wieder. Okay, jetzt will ich die Chin-Do-Chun schon doch. Was ihr könnt, kann ich schon lange. Scheiße. Das war nicht so ganz, wie ich es mir gedacht hatte. Unten ist einer gelandet. Ach, leck mich doch. Nein! Oh. Ah, leider nicht gekillt. Mist. Aber ordentlich zugesetzt. Sheesh. Dass ich noch lebe, ey. Ist der noch da oben drauf zufällig? Oh mein Gott, ja. Ach, leck mich doch am Arsch. Nein, der hat sich rechtzeitig... Oh, das war gut von ihm. Scheiße, das war gut von ihm. Mist. Oh, das war gut von ihm. Ich hab kein Kamehameha mehr. Nur noch Chin-Do-Chun. Hm, schwierig im Moment. Lol. Ich hab wieder ein Kamehameha. Wo sind die denn alle? Es gibt gleich so einen Kamehameha-Showdown. Weil ich glaub, wir haben alle mittlerweile eins oder zwei. Ich wollt grad hochfliegen. Scheiße. Ich wollt grad hochfliegen. Na gut, egal. Ah, ärgerlich. Ärgerlich. Aber das gucken wir uns noch kurz bis zum Ende an. Ich will das Kamehameha-Showdown sehen. Na, jeder Haken tut gut. Hahaha. Okay, das gibt kein Kamehameha-Showdown. Ja, schade war's. Das wird kein Kamehameha-Showdown. Jetzt ist nur noch einer übrig. Jetzt holt der sich erstmal seinen Schild zurück. Ja. Versteh ich. Ja, die schießen nochmal. Schade. Aber es ist ja so ein Goku, der noch übrig ist, ne? Der mich auch erledigt hat. Also nicht erledigt, aber erledigt hat mich ja er hier. Aber der mir auch zugesetzt hat. Ne, ist gar nicht der so ein Goku. Wer ist denn das, der da übrig ist? Irgendein anderer. Jetzt ist er hinter dem Stein und er auch. Ja, ja. Oh, der hat doch eins. Der hat doch eins. Das war's. Er hat ihn erwischt. Oh mein Gott. Er ist dem Kamehameha entkommen. Nice. Okay. Noch eine Runde. Let's go. Bis gleich. So. Da geht's auch gleich weiter. Äh, wo starten wir? Wir... Entschuldigung. Oh Gott. Ich hoffe, ich... Oh, ich hoffe, ich bin nicht so laut. Haben wir noch irgendwas, wo wir örtlich starten müssen? Noch irgendwas, wo ich wirklich örtlich hin muss? Ich glaub nämlich nicht. Nee. Nichts, wo ich eigentlich örtlich hin müsste unbedingt. Hier auch nicht. Schrottriss erledigen. Vorratslieferungen eröffnen. Lol. Wir haben die ganzen wöchentlichen durch. Es fehlt nur noch der Schrottriss und die Vorratslieferung. Chillig. Gar nicht mitbekommen, dass die auch noch mitgegangen sind. Okay, wisst ihr was? Dann fahren wir jetzt Auto. Aber hier sind überhaupt gar keine richtigen Straßen mehr. Es sind überhaupt gar keine richtigen... Doch, da ist eine Straße. Ja, das hab ich noch nicht gesehen. Sah nur nicht so aus. Dann starten wir hier. Rüsten uns ein bisschen aus. Und dann fahren wir eine Runde Auto. Das ist doch eine gute Idee. Okay, da wollen wahrscheinlich einige starten. Das ist dann vielleicht nicht die beste Idee. Oh, da wär auch wieder eine blaue war für die gewesen. Nice. Also für die Mission, ne? Aber haben wir jetzt ja schon erledigt, die Mission. Oh, auch wichtig. Okay, da oben ist einer. Oder nicht? Unten? Ich weiß nicht, wo? Wo ist der? Da oben denn auch? Nee. Da ist die Truhe. Wo ist der Typ? Wir könnten ihn auch in Ruhe lassen. Und hoffen, dass er uns in Ruhe lässt. Aber damit rechne ich nicht. Da oben wäre ein Schild dran. Muss man jetzt echt aufpassen. Und damit ist deine Runde schon beendet. Oha, was hat er denn? Er hat eine goldene DMR dabei. Du machst mir meine Runde mit der goldene DMR nicht kaputt, mein Freund. Holy moly. Oh mein Gott, eine goldene DMR ist sehr, sehr gut. Das ist ja genau, was wir brauchen für unsere Mission. Okay, dann schnell Schild hier oben holen. Dann können wir auch später Auto fahren. Jetzt gucken wir uns erst mal noch nach Gegnern um, die wir mit der DMR erledigen können. Weiß hier noch jemand ist. Ich glaube ich fast nicht. Sehe ich von hier aus noch jemand? Oh mein Gott, ja. Scheiße. Hä, warum hat er jetzt nicht? Das hat ihn ja gar nicht mehr gejuckt. Dachte er, die Gefahr wäre gebannt? Oder hat er gedacht, er kommt von woanders? Weiß es nicht. Okay, mehr Gegner sehe ich jetzt auf spontan nicht. Ist in Ordnung. Dann fahren wir jetzt Auto. Ach, hier hatte der die Waffe her. Ja, ergibt Sinn. Da sind epische Früchte dran. Okay, er ergibt total Sinn. Gut, fahren wir eine Runde Asphalt. Äh, lol, kommt mir denn... Äh, wie soll man denn hier rausfahren? Wer hat denn so... Wer packt denn so ein? Ist ja Wahnsinn. Okay, also schön Asphalt fahren. Nicht abkommen lassen. Ja, mit 100. Von 750 haben wir schon. 200. Ach nee, komm. 500. 600. 700. Nice one. Okay, schade. Habe ich die 750 jetzt voll oder nicht? Habe ich die 750 jetzt voll bekommen? Nee, zeigt sie nicht an, ne? Ach, ärgerliche Momente. Okay, noch eine Runde. So, äh, ich weiß grad gar nicht. Hilfe, habe ich... In der Gruppe ist es zu? Also nicht zu, aber ich seh grad nicht, ob ich auf... Okay, ich nehm auf. Gut. Ob ich die Pause weggemacht hab. Das war, was ich sagen wollte. So, haben wir jetzt... Ich muss das kurz nachgucken. Haben wir jetzt dieses blöde... Ah, es ist weg, ne? Fokustraining ist weg. Okay, dann hat's nur nicht angezeigt, dass es weg ist. Okay, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Dann hab ich nix gesagt. Also, Gegnern innerhalb von 5 Sekunden nach dem Klettern Schaden zu fügen, muss man noch erledigen. 150 infall... Jetzt ist es 2 von 3. Okay, das hat scheinbar gezählt. Das wird mir nicht immer angezeigt, alles. Ich blick da nicht ganz durch, wie das mit den Schilden ist, aber es macht nix. So, manchmal kommen die Sachen scheinbar auch erst nachher, die dann... Aber es wird gewertet. Okay, ich hoffe, hier ist nicht... Oh, hier ist schon jemand gelandet. Ne, eigentlich nicht, oder? Ne, hier ist noch niemand gelandet. Okay, DMR haben wir schon mal am Start. Ne, haben wir nicht. Doch, haben wir. Es ist nur die gleiche. Salvengewehr haben wir am Start. Die Säge interessiert nicht. Pumpgun. Da kommt jemand entweder hoch, oder ich weiß es nicht. Aber da waren Schritte. Ich bin so schlecht. Okay, das waren die Kapseln, glaube ich. Der Wolf ist noch irgendwo am Start. Den hätte ich auch nochmal mitgenommen. Ich treffe nix. Es ist unfassbar. Ich habe kein Munition mehr für die DMR. Ich hoffe, das zählt als Kopfschuss wenigstens. Haben wir hier noch Munition für die DMR? Ja, zehn. Ist nicht so gut. Ah, es hat jetzt auch irgendwie nicht als Kopfschuss gezählt, ne? Es hat nichts angezeigt. Oh, da drüben ist noch Munition. Die Geräusche hier oben sind auch echt herzallerliebst. Oh, das ist gut. Das nimm mal mit. Okay, 30. Was ist das für ne Waffen? Hä, wollte ich nicht. Achso, das ist nur so ne Granate. Wollte keinen Gleiter einsetzen. Das hat er automatisch gemacht. Aber mit der Musik gerade, ne? Hat das gerade enorm... Also, da ja, da ja, docks. Als Flugmusik hier ist natürlich auch übelst gut. Vor allem mit diesem Baum hier in dieser Region passt übelst gut dazu. Mach nur kurz mein Schild voll. So. Da haben wir nämlich schon wieder 150 Schild. Okay, aber mehr ist hier nicht, ne? Lol, das hab ich vorhin gar nicht gesehen. Wo kommst du denn her? Ja, komm her. Ey, diese Bäume haben so viele Äste, dass man gar nicht alle wahrnimmt. Das ist krass. So. Da hör' ich Schüsse, aber ich seh' nix. Schade. Sehr schade. Irgendwie aus der Ecke kommen. Ja, komm, wir gehen mal rüber. Alter, wie schön das aussah. Wie schön das einfach aussah. Komm, wenn wir schon hier sind, nehmen wir auch gleich mal ein Dings an. Sechs von zehn. So. Das ist nur die Frage, sehen wir, wo geschossen wird. Aber wenn nicht, dann müssen wir Munition eh. Wir müssen eh Munition uns... Oh. Okay, ne, wir haben Schilddings dabei. Passt schon. Wir müssen uns Munition kümmern. Aber hier, okay, hier ist Munition. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt... Jetzt läuft der Lachs. Ähm. Achso. Okay. Passt schon. So, dann lass mich mal kurz lesen, was wir jetzt noch machen müssen. Bei Fokus. Kopfschüsse während du mit dem Zielvisier. Okay, alles andere haben wir. Alles andere haben wir. Wir brauchen noch vier Kopfschüsse. Sehr gut, das geht also durch. Ja, wunderbar. Und hier brauchen wir nur noch den Schrottriss und die Vorratslieferungen. Ja, es läuft doch. Es läuft doch, ich sag's euch. Ich weiß aber nicht, was besser ist. Irgendwie fliegt die automatische Schrotplante mehr, als die Strike-up-Gun. Aber ich weiß einfach nicht, also... reines Gefühl. Ich weiß nicht, was besser ist. Ich weiß es wirklich nicht. Da oben ist noch eine Kiste. Ich bin zu blöd, Kopfschüsse wieder zu erzielen. Ach, ist doch kacke. Okay, das ist jetzt schlecht. Das ist jetzt ein bisschen schlecht. Damit habe ich nicht gerechnet. So, ich bin mal so frei. Oha, da ist eine Kapsel gelandet in der Nähe. So, wir sind schon wieder voll. Die Magazin ist voll. Da unten ist die Kapsel. Hm. Gehen wir mal wieder vorsichtig hier runter. Wenn keiner die Kapsel will, ich mein, ne? Wir nehmen uns die gerne mit. So ist nicht. Dann reiten wir mal ne Runde. Wo, Schüsse? Ja, wo da? Aber ich sehe es nicht. Diese Leute sind in den Büschen versteckt. Na, warte. So. Was haben wir denn hier? Oh mein Gott. Ne, keine Zeit. Keine Zeit für hübsche Dinge. Keine Zeit für hübsche Dinge. Let's go. Move. Gib mir Kopfschüsse. Gib mir Kopfschüsse. Aua. Gib mir mehr Kopfschüsse. Sehr schön. Das war der 20. Das war der 20. Wunderbar. So kann man das nämlich auch machen. Gewusst wie. Da drüben kommt ne Vorwärtslieferung runter. Irgendwann. Ah, die ist schon unterwegs. Dann gehen wir da hin. Dann haben wir die zweite auch gleich weg. Optimal. Das Gute ist, wir müssen jetzt nicht mal, wir sind jetzt nicht mal mehr an die DMR gebunden. Missionstechnisch. Wir können jetzt ziemlich gut chillen. Ja, ist egal. Zeit abgelaufen. Interessiert nicht. So, wir bleiben mal hier. Du kannst mal hier chillen. Wir warten mal kurz hier. Bis die Vorratslieferung da ist. Die ist schon da. Okay, perfekt. Zack, zwei von drei. Oh mein Gott. Her damit. Will ich das so machen? Ja, komm, scheiß drauf. So, was können wir jetzt in der Mission, äh, in der Mission, in der Runde noch an Missionen erledigen? So, kurz mal hier warten. Ich hoffe, das geht klar. Also, wir können noch mehr solche Dinge aktivieren. Na, ist zu weit weg. Ist egal. Nach dem Klettern Schaden zufügen. Das wäre was, was ich noch versuchen könnte. Aber ist egal. Und halt den Schrottriss. Aber Gegner mit Schrottriss erledigen, ich glaube, das mache ich auch mit einem Wolf. Wenn ich mal einen Schrottriss habe, dann suche ich einen Wolf und dann läuft die Geschichte. Auch wenn es albern klingt. Ah, es ist schon krass, ne? Wenn man, wenn man Heilung, Schild, Jinduchun und Kamehameha dabei hat, hat man nur noch Platz für eine, einzige Waffe. Und da die halt jetzt legendär war, wollte ich die halt mitnehmen. Oh, oh. Jetzt muss ich nah an den rankommen, sonst bringt das nämlich alles nix. Und dann kann man damit nämlich schön Schaden machen. Holy moly. Was haben wir hier? Striker-Salvengewehr. Ist alles nicht bad. Ist alles nicht bad. Aber... Ja, komm. Damit wir noch eine Fernwaffe dabei haben. Ich brauche irgendwas für einen Fernkampf, brauche ich. Dann machen wir es lieber so. Und jetzt komme ich aber nah genug ran. Scheiße, ich muss nachladen. Sehr gut. Yo, die hat auch einfach... Oh, scheiße. Ist mein Tier... Oh, okay. Mein Tier geht's nicht gut. Das war's dann an der Stelle mit dem Tier. Aber ist okay. Wir haben ja entschieden den Schuh. Okay, das war nicht so gut. Egal. Wir sind im Gebiet. Wir sind im Gebiet. Mehr ist gerade nicht interessant. So. Das ist der... Oh, scheiße. Wo war der? Ich habe den nicht wahrgenommen. Blöderweise. Ich habe den nicht wahrgenommen, wo der war. Ah, Mist. Da oben. Okay, der zielt gut. Der zielt leider gut. Nein, der kann auch fliegen. Ärgerliche Momente. Ja, nee. Das ist mir jetzt schlecht. Okay. Aber er trifft auch nicht. Aber jetzt habe ich meinen Vorteil. Nice. Nice. Uh, okay. Kamehameha austauschen hat der noch. Er hat sogar noch drei. Hä, hat er nicht gerade eins geschossen? Na, ist egal. Ähm. Halt. Nein, mein Dreier-Kamehameha hätte ich gerne zurück. So. Jetzt haben wir nur das Problem. Ja, wir haben kein Schild. Hier kann ich noch mal, wo das herkamen. Hier kann ich noch mal, wo das herkamen. Ich sehe leider. Doch, da. Den treffe ich von hier aus niemals. Also einer von sechs Überbliebenen. Oh, da oben fliegen sie rum. Ja, flieg ins Gebiet rein. Ist in Ordnung. Tschüss. Okay, es bleibt auch hier, wo ich bin. In der Richtung ist auch das Gebiet. Ei, 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 ei. Oh, hier ist halt kaum Deckungsmöglichkeit, ne? Wo will der denn hin? Bist du es wirklich versuchen, hier zu landen? Ja, das war leider nicht sehr klug, mein Freund. Oh, shit. Ich wollte gerade Jino-Joon zünden. Ah, den habe ich nicht gesehen. Den zweiten habe ich nicht gesehen. Ah, Mist. Ist okay. Ist okay. Wir haben richtig viel erreicht. Wir haben richtig viel erreicht in den letzten zwei Parts. Ich glaube, es waren zwei Parts oder waren es drei? Ich weiß es nicht. Aber wir haben richtig viel erreicht. Sehr schön. Gehen wir raus. Gehen wir raus. Boah. Boah, wir haben richtig viel erreicht. Sehr, sehr, sehr gut. Okay. Gut. Ja, die Levelaufstiegs sind uninteressant, aber ich meine, sie sind dabei, ne? Okay. Es bleibt übrig. Bei Dragon Ball hier klar, die Geschichte, aber das ist kein Problem. Das ist an sich auch kein Problem. Ich muss nur daran denken, nach dem Klettern direkt zu kämpfen. Ähm, und alles andere haben wir, Dragon Ball technisch. Das einzige, was jetzt also noch kommt, sind die Regenerationsaufträge. Das wird wohl irgendwas mit Heilung und so weiter sein. Sollte passen. Und dann wöchentlich fehlt nur noch der Schrottriss. Und dann haben wir schon wieder alles vollständig. Sehr, sehr schön. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Danke fürs Zuschauen.